Servus, ich bin der Max Bayer, ich spiele den Tobias Erlinger, ich bin der Cousin von der Romy und eigentlich wollte ich nur ganz kurz beim Fürstenhof vorbeischauen, aber wie es so üblich ist beim Sturm, werde ich dann in die Verwicklung verwickelt und eigentlich bin ich auch gar kein Gärtner, aber ich will Feuerwehrmann werden. Aber man muss ja klein anfangen, gell? Ende Juli geht's los, ich freue mich drauf!